Bei unseren Türen und Frontelementen können Sie die Farben wechseln. Es ist alles flächig ausgeleuchtet. Ich muss aber nicht die Fläche auswechseln, sondern ich mache das wahrscheinlich wieder über die App. Sie machen das natürlich per App. Wir haben das in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Sie sind hier die linke Türe und hier ist die rechte Türe. Das probieren Sie am besten selbst aus. Einfach nur das Farbrad antippen. Hier machen wir blau. Blau finde ich immer super. Oder rot. Durch antippen. Grün, alles möglich bis hin zu weiß. 16,7 Millionen Farben.